Fabian, los geht's. Auch von unserer Seite noch mal herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du in Augsburg bist. Konntest jetzt schon zwei, drei Tage mitmachen mit dem Team, paar Leute kennengelernt. Wie ist dein erster Eindruck? Super, also die Jungs machen es einem wirklich leicht. Schon am ersten Tag wirklich gemerkt, es ist eine ganz, ganz homogene Truppe, ist wirklich super und wie gesagt, die Jungs machen einem wirklich leicht. FC Augsburg ist für dich eine Rückkehr in die Bundesliga nach einem halben Jahr England, vorher FC Schalke 04. Kannst du so ein bisschen die Gründe erläutern, warum es das beschauliche Augsburg geworden ist? Na ja, so beschaulich ist Augsburg ja nicht. Also Schalke war eine ganz, ganz tolle Station, war leider sportlich nicht so erfolgreich für mich. Das letzte halbe Jahr in England war eine ganz tolle Erfahrung, was ich mir im Prinzip leisten konnte, weil ich eben nochmal ein bisschen Spielpraxis sammeln wollte. War auch ein Stück weit eine Lebenserfahrung, um einfach mal zu sehen, wie der englische Fußball ist. Auch mal sich das vor Ort anzugucken. Und der FCA gibt mir einfach die Möglichkeit, jetzt wieder bei den Vereinen der Bundesliga nochmal anzugreifen. Ich glaube, jeder Fußballprofi träumt irgendwann immer mal ein bisschen davon, in England zu spielen, im Mutterland des Fußballs. Warum genau hast du dich dafür entschieden? Und war das auch so eine Erfahrung, die es wirklich wert war? Definitiv. Also es war bei mir so, dass ich auf Schalke drei schwere Verletzungen hatte, die ich lange auskurieren musste. Daher war halt mit der Spielpraxis nicht so viel. Ja, war nicht so viel. Und eben nach der Zeit dort wollte ich unbedingt nochmal ein bisschen spielen. Und dann kam ein Anruf aus England in der Winterpause und dann ging es auch relativ kurzfristig. Das waren zwei, drei Tage. Und dann habe ich mich entschieden, rüber zu gehen. Und es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Du hast deine Verletzungen schon angesprochen. Ich glaube, du bist insgesamt mal fast ein Jahr ausgefallen. Hat dich das stärker gemacht? Oder wie geht es dir mittlerweile damit? Es war ein bisschen mehr. Also die zweite Verletzung war alleine schon fast ein ganzes Jahr, wo ich ausgefallen bin. Also sowas kann man sich nicht aussuchen. Sowas wünscht man auch keinem. Das war nicht schön sportlich gesehen. Aber natürlich ist es privat und auch für mich als Person war es definitiv eine Weiterentwicklung. Also man lernt vieles aus anderen Sichtwinkeln kennen und lernt ein Stück weit auch Demut. Weil es ist schon was Besonderes, halt eben das auszuüben, was wir machen. Es ist ja immer so ein bisschen eine Floskel. Ich versuche stärker zurückzukommen als zuvor. Aber da spielt ja auch der Kopf eine ganz große Rolle. Kann man das so bestätigen, diese Floskel? Ja, definitiv. Also es ist natürlich für den Körper, der muss sich wieder reinfinden. Gerade nach so einer langen Zeit. Das ist auch klar. Deswegen war auch, wie gesagt, der Schritt nach England für mich eben genau der Richtige, um zu gucken, ob in einer sehr körperbetonten Liga alles wieder hält und alles funktioniert. Und das hat es. Das hat super funktioniert. Und deswegen denke ich, dass ich jetzt auch wieder in meinem Rhythmus drin bin und dann auch schnell reinkomme, um dem FCA zu helfen. Du hast ja, glaube ich, mal gesagt bzw. ich habe es gelesen, dass du während eines Spiels gefühlt 80 Abschläge gemacht hast. Da hat die Leiste, glaube ich, gehalten. Ist das wirklich so ein Fußball dort? Es ist schon sehr Kick'n'Rush. Das muss man schon sagen. Gerade die Premier League ist ein Stück weit anders. Wir hier in Deutschland bekommen aus der zweiten Liga, also der Championship, gar nicht so viel mit in England. Und das ist eigentlich schon fast Kick'n'Rush in Rheinkultur. Also es ist fast, wie man es sich vorstellt. Jetzt der FC Augsburg. Neue Station, neues Kapitel. Was hast du dir vorgenommen für deine Zeit beim FCA? Ja, erstmal natürlich einen guten Einstieg finden hier mit den Jungs. Ein gutes Trainingslager hier erleben und hart arbeiten, um wieder auf ein richtig gutes Level zu kommen, damit wir dann gemeinsam mit der Mannschaft in der Bundesliga angreifen können. Die ersten paar Einheiten sind schon vorbei. Gestern eine Halbzeit im Testspiel. Wie war das für dich? Ja, super. Natürlich ist das erste Spiel immer etwas Besonderes, ob es jetzt ein Test ist oder in der Liga das erste Mal das FCA-Trikot überstreifen. Dann auf den Platz auch zu gehen und nicht nur bei der Trikot-Präsentation. Also es war schon etwas Besonderes. Ja, klar. Von blau nach rot. Das ist ja schon eine ganz schöne Veränderung, aber steht dir ganz gut. Wobei, gestern hatte ich sogar blau an. Deswegen war es jetzt nicht so. Es war zwar babyblau und nicht königsblau, aber so groß ist die Veränderung. Natürlich sind es zwei komplett andere Vereine und die Mentalität der Region ist auch eine ganz andere. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Bei der Trikot-Präsentation musst du schon ein paar schwäbische Wörter nachsprechen vom Moderator. Hast du dich da schon ein bisschen gewöhnt an den Augsburger Dialekt? Augsburger Dialekt, sagt man ja. Ich bin mit Christoph Janka auf dem Zimmer. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen reinzukommen. Er ist ja wirklich Bayer und ich höre mir ein bisschen ab. So ein paar Sachen. Ich glaube, ein Li würde man hinten gerne auch drangehangen, um ein paar Sachen immer zu verniedlichen. Als Rheinländer kennt man es so nicht, aber ich glaube, ich lebe mich da schnell rein. Wie groß ist deine Motivation, deine Lust, jetzt wieder mit Ball am Fuß, mit Ball in den Händen, im Trainingslager, aber auch dann in der neuen Bundesligasaison anzugreifen? Ja, die ist riesig. Die Saison war bei uns zwei Wochen früher zu Ende als hier in Deutschland, die Bundesliga. Deswegen war die Pause auch relativ groß für mich, dass ich halt wirklich noch mal viel Zeit hatte, um noch mal runterzufahren, alles noch mal ein bisschen Urlaub zu machen, zu genießen, zu entspannen, um jetzt halt wieder Vollgas reinzugehen. Und die Vorbereitungen, die anderthalb Monate werden zu 100 Prozent genutzt und dann halt zu 100 Prozent auch richtig reinzustarten. Sehr gut. Dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß, viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Saison. Das wird so. Danke. Danke. Danke.